Mit dem Windows 10 Oktober 2018 Update wird Microsoft das neue dunkle Design für den Windows Explorer ausrollen. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr dieses neue Dark Theme für den Explorer unter Windows 10 aktivieren könnt. Vorher allerdings noch eine Sache zur Klärung. Das Windows 10 Oktober 2018 Update wurde am 2. Oktober ausgerollt, jedoch wurde der Release wenige Tage danach wegen eines schwerwiegenden Bugs gestoppt. Nur wenn ihr das Update installiert habt, könnt ihr dieses Feature verwenden. Denn der dunkle Explorer ist eine Neuerung, die erst mit dem Windows 10 Oktober 2018 Update kommt. Wenn ihr erfahren wollt, welche Neuerungen sonst noch mit diesem Update kommen, dann solltet ihr jetzt oben rechts eine Infobox sehen oder ihr könnt später einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. Nun aber weiter mit diesem Video. Wenn ihr Windows 10 Version 1809 noch nicht installiert habt, dann wird das dunkle Design für den Explorer bei euch noch nicht sichtbar sein. In den Einstellungen unter System und dann Info könnt ihr nachsehen, welche Version bei euch installiert ist. Das Aktivieren des Dark Themes für den Windows Explorer ist danach auch ganz einfach. Ihr öffnet die Einstellungen von Windows 10 und geht dann zur Personalisierung. Danach wählt ihr in der linken Spalte den Abschnitt Farben aus und scrollt im Fenster ganz nach unten. Ganz unten findet sich dann die Auswahl des Designs, wo ihr hell oder dunkel auswählen könnt. Wenn ihr dunkel einstellt, dann könnt ihr den dunklen Explorer direkt verwenden. Mit dieser Änderung werden allerdings auch sämtliche anderen Apps dunkel, darunter natürlich auch die Einstellungen der Microsoft Store, Mail und Kalender sowie andere mitgelieferte Windows 10 Apps. Eine Ausnahme stellt nur der Microsoft Edge dar, denn der tut bekanntlich sowieso, was er will. Aktuell gibt es leider keine Möglichkeit, den dunklen Explorer einzeln umzustellen, ohne das ganze System in schwarz zu hüllen. So ist das einfach und damit müssen wir leider leben. Das dunkle Design für den Explorer war ja ein lange von Nutzern gefordertes Feature, das nun endlich für Windows 10 kommt. Was ist denn eure Meinung zur Umsetzung des dunklen Designs unter Windows 10? Solltet ihr Probleme haben beim Aktivieren des dunklen Explorers, dann könnt ihr euch gerne an das windowsarea.de Forum wenden, wo euch kompetente Admins und erfahrene Nutzer gerne zur Seite stehen. Einen Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung, sowie im verlinkten Artikel in der schriftlichen Anleitung. Sollte euch das Video weitergeholfen haben, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Wenn es euch sogar gefallen hat, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren für weitere Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.